Komm, da ist der Rail. Tschüss. Aua, hätte ich mich vielleicht nicht draufstellen sollen. Oh! 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 Okay. Oh! 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 Ich versteh nicht, wie das funktioniert. Ich glaube, da soll ich nicht lang, oder? So, roter Sternenring. Hier hoch. Oh shit, da war das Ziel. Jetzt nicht mehr. Aber ich glaube, ich weiß auch schon, wer der Miniboss von diesem Gebiet sein wird. Die Kanone steht natürlich einfach nur da rum. Genauso wie die Trampoline, aber im Trampolin verzeihe ich das noch. Boah, dieser blöde Wind, ne? Immerhin noch Aran. Das war nämlich schon ziemlich schlecht, was ich da veranstaltet habe. Oh, ich weiß nicht, dass ich deine Hilfe brauch hatte, Sonic, aber danke. Danke. Du siehst, du siehst eher... spikig. Also ich hatte das noch auf der Wii-Version gespielt. Ich glaube, die waren noch erträglicher als die anderen, weil da Sachen fehlten, die kacke waren. Zum Beispiel die Hubworlds. Boah, warte, das sind Stacheln. Sollte ich vielleicht nicht stehen da. Aua. Warte, jetzt muss ich hier schieben, oder wie? Warte. Power up. Ey, ich bin unverwundbar. Oh Gott, oh Gott. Wie bitte? Das hat jetzt irgendwie funktioniert. Aua. Warum hängen die Dinger da? Oh Gott. Ich kann mich nicht hier dran erinnern. Ja, klar. Ja, ja, ja. Ach, die Dinger. Ach, da war ein roter Stern. Die wollte ich mitnehmen. Ja, halt nicht. Darf ich bitte? Danke. Geht's hier? Ne, geht's hier nicht. Geht's hier? Das ging mir grad ein bisschen zu schnell. Geht's hier? Wie hab ich die Star-Post da vorhin nicht ausgelöst? Moment, was? Das hier ist scheiße. Darf ich das bitte überspringen? Ach, warte, ich soll hier... Was? So funktioniert keine Uhr. Kaupen keine Turmuhr. Und so funktioniert Metall auch nicht. Sechs Minuten, boah, ist das schlecht. Aber noch B-Rang. Ach, da ist Vektor. Okay, was immer der hier sucht. Aber irgendwo hin müssen sie die Chaotix ja packen. Und, naja. Sonic-Undish hatte jetzt nicht viele eigene Charaktere, die danach noch aufgetaucht sind. Der Shadow haben sie ja schön rausgelassen. Knuckles war nicht drin. Amy war drin, aber sonst... Die haben wir ja schon. Und Tails auch. Die haben wir ja schon rausgelassen. Oh ah. Bauter das? Das war's für heute. Ja, die Dinger kamen ständig in Sonic anlegt. Das waren im Prinzip Minibosse. Was? Boah. Boah, das hat funktioniert. Oh man. Das hätte ich gerade besser machen können.